Hier ist das Bötchen einher, wo wir losfahren. Da müssen wir auch gucken. Da sind auch ein paar Löcher. Also immer nach unten auch gucken, nicht nur nach oben. Oh, schön, schön, schön. Achtung, Achtung, Achtung. Da sind auch ein paar morische Bretter dabei. Das ist auch gefährlich. Immer die Augen nach unten auch. Teilweise sind es nicht so schlecht. Oke, es ist gut dabei. Bet Vielen Dank.